Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Ja, ich bin heute allein. Aus gutem Grund. Nein, nicht aus gutem Grund. Einfach so. Ich habe heute, beziehungsweise ich habe jetzt vor den zwei Wochen, in denen ich ja außer Haus sein werde, das heißt jetzt überkandidelt an, muss ich natürlich ein bisschen vorproduzieren, beziehungsweise auch vorarbeiten, weil ich habe ja leider im Gegensatz zu anderen, die das Hobby schon zu ihrem Beruf gemacht haben, muss ich noch ein bisschen arbeiten. Das heißt, ich habe gerade so ein bisschen Land unter, will ich mal sagen. Und deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen Zeit, zwischendrin hier was aufzunehmen. Und das mache ich jetzt mal alleine. Ich hoffe, das guckt ihr euch trotzdem an. Das ist interessant, glaube ich. Ja, ihr habt ja schon im letzten Livestream, falls ihr dabei seid, falls ihr das verfolgt habt, gesehen, ich baue hier ein Detektivbüro rein. Ja, und einige Leute werden auch gesehen haben, wie toll ich hier mit diesem Fireplace gefailt habe, und weil ich hier irgendwie zu nah Holz dran hatte, beziehungsweise so auch zu viel Holz scheinbar dran war. Und ich hatte hier Netherracks drin, die ich natürlich angezündet habe für das reale Kaminfeuerfeeling. Ja, danke Handy auch. Das war ich und nicht ihr. Muss ich mal kurz hier leise machen. Auf jeden Fall stand hier nach relativ kurzer Zeit alles so ein bisschen in Flammen und ich musste nach und nach die Blöcke abbauen, die vorher gefangen hatten. Das war sehr lustig auch im Stream. Kommt die Tage noch, der Stream, den werde ich natürlich auch noch freischalten und uploaden bei YouTube. So, und auch nochmal eine Sache, die ich gerne beantworten oder klären wollte. Es gibt einige Leute, die sagen, ah, ich finde das total doof, dass du immer den Stream bei YouTube wieder hochlädst und nicht neue Folgen machst. Das liegt in erster Linie daran, dass ich leider nicht so viel Zeit für YouTube habe, dass ich wirklich zweimal die Woche irgendwie streamen kann, fünf Stunden, und dann auch noch dazu die anderen Tage Folgen aufnehmen, schneiden und hochladen kann und die Thumbnails und das Ganze. Da habe ich einfach keine Zeit zu. Zwischendurch habe ich mal ein bisschen weniger Arbeit, weil ich ja selbstständig bin. Dann kann ich das mal ab und zu machen. Aber in erster Linie ist es so, dass ich zwischendurch immer mal Zeit habe für ein kurzes Projekt, so wie Masterbuilders. Das ist ja mal so Folgen 10, 15 Minuten. Das ist ganz relativ easy. Da muss man sich nicht so ewig zusammenprockeln. Außerdem gibt es auch Leute, so wie Revi zum Beispiel, die relativ zuverlässig sind und das dann auch schnell mal eben funktioniert. Ja, also das ist so viel zum Thema. Es tut mir natürlich leid für die Leute, die bei mir auch gerne jeden Tag eine neue Folge hätten mit jemandem anders oder sowas. Das kann ich im Moment nicht so anbieten. Mal gucken demnächst, wie es wird. Gerade habe ich sehr viel Arbeit. So, das wollte ich nur noch mal kurz vorweg sagen. So, also wir sind hier ja in der Detektei. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich vielleicht, hätten wir eigentlich hier unten direkt hin machen müssen, damit die Leute, die hier reinkommen und einen Fall zu reporten haben, kriegen erstmal einen Kaffee hier unten. So, dann kommen die hier hoch. Und ich habe noch eine Idee, was ich machen möchte, weil ich habe ja auch dieses Text-Trap-Pack hier selber angepasst. Und ich würde noch, warte mal gucken, ob ich das dabei habe, nee, so eine Textur für einen Bilderrahmen machen, beziehungsweise für so eine Leinwand, wo so ein, ja wie soll ich sagen, wie in einem Detektivbüro halt so eine Fallanalyse so ein bisschen ist oder wie bei, keine Ahnung, Dexter oder CSI, wo du halt so ein Board hast, wo so ein bisschen die Verdächtigen aufgeschrieben sind, Tatort-Fotos und so, dass man das hier irgendwie dahin hängen kann oder dahin hängen kann. Also so ein paar Sachen, die so ein bisschen detektivmäßig passen. Ja, und das Dumme ist so ein bisschen hier, bei dem Schreibtisch, wo jetzt oben drauf Teppiche sind, da kann man jetzt nichts mehr draufstellen. Ich hatte ja die Idee, dass ich zum Beispiel da noch eine Redstone-Lampe drauf mache, wie eine Schreibtischlampe. Ja, das muss ich mir überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich das runter mache und dann da vielleicht noch was drauf lege. Also sowas dann, das hier vielleicht halt wie so eine Schreibtischmatte, wie so eine Schreibtisch-Schreibunterlage oder ich lasse wirklich nur ein grünes Teil drauf. Das ist dann halt wie so eine Schreibtisch, wie so eine Mathe. Kennt ihr wahrscheinlich. Da kann man dann auch, das sind so, die hatte man, hat man die heute noch? Das weiß ich gar nicht. Jetzt nehmen wir mal kurz die. Da können wir uns ja nochmal eine bauen. Haben wir eingesammelt. So, halt so Schreibtisch-Lampe. Ja, das finde ich schon besser, glaube ich. Doch, das finde ich schon ganz gut. Genau. Und das ist jetzt der Laptop. Ja, genau, das ist der Laptop. Das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist halt so ein MacBook Air oder sowas. Das sieht wirklich aus wie ein Laptop. Cool, da brauchen wir nämlich nicht so einen riesen Computer dahin bauen. Ja, so viel zu dem Räumchen da. Wir wollten jetzt erstmal, beziehungsweise ich hatte noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich machen wollte, denn ich wollte eigentlich gucken, dass ich hier auch noch so einen Durchbruch sozusagen mache ins Schlafzimmer, weil im Moment habe ich kein Schlafzimmer. Ja, wo machen wir das am besten? Oder wir machen das? Nee, hierdurch ist doof. Also wir müssen schon hier hochkommen. So, also entweder hier dann durch oder hier durch. Ich glaube, ich mache es hier durch. Finde ich irgendwie, bietet sich eher an. Warum auch immer. Was redet die Alte schon wieder? Dann machen wir jetzt hier. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da rauskomme, ehrlich gesagt. Guck mal, für jedes Material benutzt ihr das richtige Werkzeug. Was ist los mit Yves? Yves muss krank sein. Ihr könnt mir auch gerne mal übrigens in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich auch mal zwischendurch so ein Alleinevölkchen mache. Ich glaube, die anderen machen auch mal so alleine Folgen zwischendurch, wo sie was machen. Habe ich schon, ist der Enderman da und der sitzt hier schon will einen Termin. Ich werde immer gehauen und gemobbt. Das kann doch nicht weitergehen. Genau. So, so, so. Also findet ihr das okay, wenn ich, oder gut sogar, wenn ich zwischendurch mal so Folgen für alleine mache? Ich glaube, da machen wir hier so die Wand einfach weiter. So ein bisschen kreizig hysterisch, höre ich mir an. Ich komme in die Bestimmung mit so einem Wasser. Lava kann ja hier nicht sein. So, hier können wir wahrscheinlich schön unser Räumchen hinmachen. Oh, da machen wir ein gemütliches Schlafzimmer. Das war ja vorher nicht so gemütlich. Also, ich sage mal, es war schon okay mit der Aussicht und so, aber wir wollen da vielleicht doch schon ein bisschen eher gemütlich. Wie weit müssen wir denn hier raus? Guck mal, hier ist doch eigentlich schon draußen sozusagen. Ah ja, da sind wir auf jeden Fall oben schon durch. Da lacht die Ivi wie so ein Trottel. Dann können wir auch ein kleines Balkönchen hinmachen, dass wir hier auch so ein bisschen rausschauen können. Das mutet mir sehr gut an. Mich, mir. So. Hoppla. Das ist natürlich jetzt hier noch so. Mal gucken, wie groß wir das Räumchen machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier aus Stein lassen soll oder ob ich da vielleicht auch Holz hinmachen soll. Das sieht irgendwie, weiß ich nicht. Na gut, wenn da so eine Tür nachher drin ist. Ja, ist schwer, ist nett, ist schwer, ist nett. Dann holen wir uns mal, das ist ja Cleanstone, glaube ich, oder ist das Cleanstone? Also normaler Stein. Ach, guck mal hier, das ist ja unser einziges privates Hühnchen hier noch. So. Stone. Stone. Und dann nehmen wir gleich noch mal ein bisschen noch was hier für Glas mit. Ja. Das ist natürlich doof, wenn es einem dann den Weg versperrt. so. Das soll schon gemütlich werden. Also anders als das jetzt. Ein Quatsch. Das geht schon. Das ist schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Ich muss auf jeden Fall hier dicht machen, bevor es Nacht wird, weil sonst haben wir hier wieder die, die ganzen, die ganzen, äh, äh, Mops am Stissel. Was hatte ich gesagt? Zumachen als erstes, ne? Bevor wir jetzt hier die ganzen Käse machen. So, so, so. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das für Ausmaße hier haben soll. Machen wir auf jeden Fall hier so eine, also hier so Holzverkleidung innen drin. Genau. Aber mit Wasser, da kenne ich mich jetzt aus. Jetzt ist es lecker im ganzen Server. Ich fand Wasser, was ist das? Nein. Das geht so. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich glaube nur, wenn man Wasser einmal auskippt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, ähm, haben wir eigentlich, mir fällt gerade mal ein, wir haben ja keinen eigenen Panic Room, ne? Das ist natürlich auch ganz geil. Ich mache mir die Riesenarbeit. Und, ähm, guck mal, da können wir auch hier Dinger rausmachen. Da brauchen wir, dann verschwenden wir nicht so viele Blöcke. Ich mache mir die Riesenarbeit und baue bei den Leuten die Panic Rooms hin und habe selber keinen. Das ist halt irgendwie so halb cool nur. Ach, und ich brauche eigentlich ja auch noch normales Holz. Dann gehen wir nochmal schnell runter und besorgen das. Also, Oakwood. Oakwood hört sich mal an, ein bisschen wie Oakwood. Ne? Das gute Oakwood. Das bauen wir hier ab. Hier ist sowieso irgendwie, weiß ich auch nicht genau. Ist das schon eingesammelt? Ja. Oh. Ähm. Dass wir hier so ein bisschen von unserer Plantage wegmachen. Guck mal, wenn wir das natürlich jetzt alles abbauen, ne? Dann wird die Krone auseinanderfallen. Ja, jetzt habe ich keine Dings mehr. Das ist natürlich doof. Warum ist da ein Huhn oben drin? Oh, diese Welt macht mich irre. Ich bin übrigens, ich glaube, das hatte ich auch schon mal angekündigt. Ich bin ab kommendem Samstag im Ruhrpott, in der Heimat. Ich komme nämlich aus Bochum eigentlich, ursprünglich. Obwohl, das machen wir gleich. Und da bin ich zwei Wochen Familie besuchen, dies, das, Leute besuchen, mich mit irgendwelchen Vollidioten treffen, wahrscheinlich mal sehen. Mal sehen. Und mich hatten schon ein paar Leute vor allem bei Instagram angesprochen und gefragt, hey, cool, ich komme auch aus Bochum oder aus der Umgebung. Möchtest du dich da nicht mit Fans treffen? Also, ich nenne sie ja sowieso Zuschauer, ne? Und nicht Fans, weil Fans ist halt immer gleich so, nur weil ich was gucke, dann bin ich schon noch kein Fan. Nein. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da mal eine extra Folge machen, weil da muss sich ja jeder den Ranz jetzt hier angucken, den ich hier baue, damit ihr diese Info kriegt. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video. Ein Video. Guck mal, machen wir hier so ein bisschen da, ja, wir machen das hier unten weg und da drüber, da drüber, äh, ne, ne, ne Balkon, ein Balcony. Also, wenn ihr Bock habt, euch, oder wenn ihr aus dem Ruhrpott kommt oder aus der Nähe von Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, sind hier schon oder reisemreit, ne, keine Ahnung, dann, ähm, lass mich das gerne wissen, vielleicht habt ihr ja Bock auf ein, ähm, ein Treffen mit mir. Weiß ich nicht, warum auch immer, aber könnte ja passieren. Äh, doch, das ist richtig, aber ich brauche auch noch, ähm, ich brauche auch noch die, ähm, Dinger, hier die Stammeli, Stammelis, Stamm, Stämme, Stammes, Stämme, ich weiß, wie es wirklich heißt, Leute, ich weiß bei ganz vielen Dingen, wie es wirklich heißt, ich sage das manchmal nur, weil es mir Spaß macht. So, brauchen wir drei, weil wir uns, guck mal, ich bin schon richtig so, what's up with this here, ich bin so Skilllord, ja, jetzt suche ich wieder meinen Scheiß, aber gut. Oakwood, ist gut, können wir immer gebrauchen, ähm, jetzt brauche ich noch, Dark Oakwood, Spruce, ach, das ist Sprucewood, da können wir ein paar Sticks raus machen, beziehungsweise wir brauchen ja erstmal nur einen, weil wir brauchen, wir hatten ja nur 20 dabei, ne, da muss man auch immer ganz drauf achten, dass man da immer 26 dabei hat, Sticks, das Laber, ich weiß nicht, manchmal, ähm, ich bin wirklich froh, äh, unter anderem, dass ich dieses Let's Playen für mich entdeckt habe, weil, ähm, da kann ich labern, ohne dass jemandem auf den Sack geht, gut, euch vielleicht teilweise auch, aber wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt und so, dann interessiert es mich halt nicht, weißt du? Doch, interessiert mich schon manchmal ein bisschen. Ach komm, ist jetzt unnötig hier, ne? Jetzt mache ich schon mehr Freunde, hör mal. Oppala. Ach so, ein paar Leute haben natürlich auch mal gefragt, ich kann ja jetzt immer auf die Sachen, auch wenn ich alleine aufnehme, mit euch sozusagen, oder mit mir alleine, auf so Fragen oder auf Kommentare eingehen. Ein paar Leute haben mich gefragt, warum ich nicht zu jeder Folge eine Begrüßung aufnehme. Und das sind meistens die Livestream-Folgen, wo sie das drunter schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich nochmal erklären muss, aber, aber, Waterloo, da, 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 wie viel haben wir jetzt zwölf? Na gut, das ist natürlich klar, wenn ich im Livestream bin, kann ich natürlich selbstverständlich nicht zwischendurch, wenn, wenn ich gerade live wirklich bin, ähm, wie soll ich sagen, einfach alle 20 Minuten oder so sagen, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack Live. Das, äh, ne. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Holz am Stissel. Boah, bei mir ist gerade übrigens alles am Stissel. Ja. So, machen wir mal hier ans Ende. Ma, das wird richtig schön. Pass mal auf. Ähm, ähm, ja, das Schlafzimmer, das wird jetzt höchstens nach, doch, nach da machen wir es noch ein bisschen größer. Aber ich will das nicht so pompös machen. Das machen wir mal, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch alle schon von Revi Sub-Server gehört, äh, wo man als, äh, Subsonierer, als Subscriber, als Twitch-Subscriber drauf kann und da ein Haus bauen kann. Ich weiß nicht genau, ich glaube, beim letzten Mal hat er irgendwie irgendwas so wettbewerbmäßig gemacht, da konnte man Lifetime-Premium gewinnen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das alles, so weiterläuft, aber da werde ich mal ein modernes, großes Haus bauen, damit ihr mal seht, dass ich auch bauen kann. Zumindest denke ich von mir, dass ich auch bauen kann. Oh. Water in my house. Ich weiß noch nicht, ob ich das, will ich das so machen? Ja, nee, komm, ich möchte nicht, dass das hier so, äh, so ausartet. Ich möchte nicht, dass da Wasser reinkommt. Da auch nicht eigentlich. Wahrscheinlich leckt's jetzt total. Guck, ist noch jemand da? Oh, Kevin, oh. Wir sagen nichts. Kevin, ich war's nicht. I, I don't, was it? Ja, ist ja gut, ist alles klar. Aber es wäre schon auch witzig, wenn hier vielleicht so Wasser direkt am Fenster vorbei flöße. Was ist das jetzt hier für ein Kack? Oder läuft das einfach nur nicht ab? Weißt du, was ich mein? Zack, machen wir jetzt mal so und jetzt weg mit dir, du Wasser hier. Mann. Och, das ist doch kack. Das ist wirklich doof hier jetzt. Das will ich so nicht. Och, nö. Dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir jetzt hier schon mal die Fenster, die Läden discht. So, das machen wir so. Und dann machen wir mal, ach so, das geht wieder nicht im, weißt du, was ich meine? Weißt du nicht? Ich weiß selber mal nicht, was ich meine. So, 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 Wasser weg. Danke. Entschuldigung, Kevin. Sorry, I'm sorry, I'm sorry, not sorry. Was soll das denn jetzt hier? Das ist mein Balkon. Ich dulde hier so eine Scheiße nicht. Wir haben ein Wasserproblem. Schnell zumachen. Zumachen. Ja, äh, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier so, so sein muss. Äh, die Eve ist mit Wasser halt nicht so wie Eve. So, und wie wir das Problem lösen, mit dem Wasser, vor unserem tollen Fenster, Schlafzimmerfenster, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Craft Attack alleine mit Eve. Bis dann, tschüss. 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 Tschüss.